hey moin moin schön dass ihr wieder reingeschaltet habt euer tag ist am start track smp immer noch in Nibiria letzte folge haben wir hier was abgeliefert und hier nehme ich auch wieder was mit und dann würde ich sagen starten wir checken nur eben kurz er schickt uns über die richtige route wir fahren endlich mal wieder container ich hoffe wir schaffen es noch im hellen tunel leute ha 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 es ist es ist Wir müssen hier runter. Ein Kollege, da ruft man mal. Jawoll, wir halten uns links. Mal zusehen, dass wir ein bisschen vorankommen. Ah, Leute? Holger's! Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Ja, es geht los. Ja, das ist ein bisschen. Ja! Ja. Ja! Ja! Ja. Ja! Nö, die Ausmeldung, ey. Steckst du noch, Rudi? Nö, heute nicht. Die waren ein bisschen flut, die Jungs. Die waren ein bisschen flut, die Jungs. Übrigens das neue Mautsystem jetzt hier, fahrt er nur unter durch, bezahlt er so. Da bin ich sehr gut. Bye-bye, Jungs. 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 Sieht sich ganz schön, ne? Haha. Du 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 du. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Immer geradeaus. Den links rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Oh, das ist ja schick das hier. Hier endet es. Ja Leute, wir haben es noch im Helgen geschafft. Vielen, vielen Dank für euer ganzes Support. Ich hoffe, ihr macht weiter so. Und ich würde sagen, sie muss haben wir in der nächsten Folge wieder. Wenn wir noch ein bisschen durch Portugal und Spanien düsen. Also, bleibt dran. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Ich bin heute raus. Euer dann. Ciao. 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 Ciao.